Freunde, im heutigen Video haben wir einfach Piggy gespielt. Und Freunde, ohne Witz, dieses Spiel hat mich so krass verwirrt wie kein anderes Spiel. Aber naja, ob wir das doch am Ende geschafft haben, das seht ihr, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut. Also liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Freunde, wir sind hier nach einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder bei Piggy unterwegs. Oh mein Gott. Freunde, ihr habt es euch gewünscht, dass wir eine Runde Piggy spielen. Und das machen wir auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier auf der Zirkus-Map. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal geschafft habe hier im Zirkus. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Piggy komplett durchgespielt habt oder nicht. Aber Freunde, Piggy ist so ein Legenden-Spiel in Roblox. Ich glaube, wir haben das alle mindestens einmal schon mal durchgespielt, oder? Und Piggy ist aufgewacht. Oh oh, da vorne ist er auch schon. Und was ist das denn? Zwiebellami. Oh mein Gott. Zwiebellami. Pass auf. Oh mein Gott. Piggy ist schon unterwegs. Warte, hier ist ein pinker Schlüssel. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob das jetzt schon direkt so knapp wird. So, wir nehmen mal direkt hier den Schlüssel mit. Okay. Da liegt noch ein goldener Schlüssel. Freunde, nehmt die ganzen Schlüssel mit. Und... Nein, mein Bruder Lamu. Oh nein. Okay, Freunde. Passt wirklich, wie gesagt, auf euch auf hier. So, wo muss dieser pinke Schlüssel hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier irgendwo? Nee. Okay, wir gucken uns erstmal ganz kurz um. Okay, Piggy verfolgt gerade den Zwiebelkopf da vorne. Wir gehen mal hier auf diese Seite. Mal gucken, ob hier irgendwo ein lilanes Schloss ist. Wir schauen mal nach. Hier vielleicht? Ähm. Was ist das für einer? Ist der gut oder böse? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall noch ein orangener Schlüssel. Aber ich weiß nicht, wo wir den reinstecken müssen. Freunde, ich schaue mich mal weiter hier um. Ist hier irgendwo ein Schloss? Nee, hier braucht man zwei Hämmer. Okay, okay, okay. Vielleicht hier ein türkises Schloss. Ey, Leute, wirklich. Ich sehe alle Farben außer lila. Wo ist denn hier bitte ein lilanes Schloss? Oh mein Gott. Ich glaube... Ah! Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Piggy ist gerade da durchgekrabbelt. Wie das denn? Okay. Ist hier vielleicht ein... Oh, warte mal. Hier ist ein lilanes Schloss. Moment mal. Äh, ein gelbes Schloss, wollte ich sagen. Äh, und den gelben Schlüssel habe ich doch da hinten irgendwo gesehen, oder? Wir gehen ihn mal ganz schnell holen, Freunde. Wir haben noch acht Minuten Zeit knapp. Wir sollten das eigentlich schaffen. Okay. Piggy läuft da, glaube ich, gegen den Baum oder so. Kannst du ruhig weitermachen, Piggy. Lauf weiter gegen den Baum. So, hier haben wir... Hä? Ein Brett? Wie? Hä? Wofür brauchen wir denn das Brett? Ey, Leute, absolut keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal hier. So. Oh mein Gott. Toll. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ich wusste aber nicht, dass Piggy unter diesen Schachtern drunter kriechen kann. Das wusste ich jetzt wirklich nicht, Freunde. Naja. Okay. Ich würde sagen, die zweite Runde startet jetzt, Freunde. Und wir sind jetzt diesmal in einem Einkaufszentrum, glaube ich. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist eine Stufe schwerer als der Zirkus, oder? Kann das sein? Hier brauchen wir eine Planke. Okay, Leute. Wir müssen jetzt wirklich alle nützlich sein. Okay, da war ein Alarm oder so. Hä? Okay. Ich verstehe das selber noch nicht so ganz. Aber eigentlich ist doch Piggy ein leichtes Spiel. Okay. Ich habe hier irgendwie Wiese gefunden. Okay, Leute. Das bringen wir einfach mal da hinten hin. Oh. Okay, Leute. Nicht da lang. Nicht da lang. Da ist Piggy, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauft. Nein, Zwiebelkopf. Flami. Lauf um dein Leben. So. Diese Wiese müssen wir jetzt erstmal zu denen da unten bringen. Moment mal. Wo war der nochmal? Hä? Der war doch hier irgendwo. Ah, da vorne. Okay, okay, okay. Leute. Ich bringe ihm jetzt die Wiese und... Hä? Okay. Er ist, glaube ich, auf Schnetzeljagd, oder? Oh mein Gott. Was? Er hat Piggy umgeschnetzelt. Aha. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Na gut. Dann wollen wir jetzt mal hier andere Sachen suchen. Können wir hier rein? Oh ja, wirklich. Hä? Ja, was ist das denn hier? Munition? Wie, was brauchen wir Munition? Okay. Wahrscheinlich gibt es hier vielleicht eine Waffe oder sowas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Zwiebelkopf, dreh dich um. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich gehe hier lang. So. Okay. Hä? So, wir gehen einfach mal hier der Maus entlang. Und mal gucken, ob wir hier irgendetwas Nützliches finden. Hallo? Hallo, Schlüssel? Bist du hier irgendwo? Wir brauchen so viele Items und ich habe noch nichts gefunden. Wirklich noch gar nichts. Ich finde hier nur Basketbälle, Fußbälle und eine Gans. Okay. Cool. Ey, cooler Skin, aber... Oh, Leute, habt ihr es gehört? Ich glaube, irgendjemand wurde gerade umgeschnetzelt. Nein, Leute, lauft nicht da lang. Oh Mann, ey. Ich finde hier wirklich gar nichts. Nur Munition, aber ich habe noch nicht mal eine Waffe für die Munition. Hmm. Finde ich hier irgendwas? Nein, ich brauche mir einen grünen Schlüssel. Und da, bei diesem Automaten, ist der weiße Schlüssel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Nein, 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 Piggy. Geh weg von mir. Geh weg von mir, du kleine Frechdachs. Oh, warte. Ist vielleicht hier irgendetwas? Nein, da ist nur die Wiese, Freunde. Ich habe die Wiese gefunden. Okay, 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 Freunde. Wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Freund. Geben ihm die Wiese und dann wird er wieder Piggy umschnetzeln. Also hoffe ich mal. Und ich hoffe auch, dass wir mal hier ein paar Sachen finden. Ich habe wirklich noch gar nichts gefunden, außer, äh, ja, ein bisschen Wiese. So. Das geben wir ihm einfach mal. So. Na los. Schnitzel Piggy um. Ich schaue dir dabei zu. Ja. Das war's mit dir, Schweinchen. So. Ist hier vielleicht noch etwas? Noch mehr Munition. Ey, Leute. Ich brauche keine Munition. Ich brauche mal langsam Schlüssel. Was ist das hier? Oh Mann, ey. Komm ich hier vielleicht irgendwo in diesen Raum rein? Kann ich hier? Hä? Ey, Leute. Wirklich. Irgendwas ist hier falsch, oder? Warte mal. Die Ente hier. Du hast einen roten Schlüssel. Warte. Dann brauchen wir... Oh. Oh, Moment mal. Da vorne ist das rote Schloss, oder? Ja. Er hat die Tür aufgemacht. Oh mein Gott. Ehrenmann. Okay. Hier haben wir den Türkisenschlüssel. Sehr gut. Und er hat noch einen grünen Schlüssel. Okay, okay, okay. Wo ist ein türkises Schloss? Moment mal. Du hast noch den grünen Schlüssel. Komm hier rein, Ente. Ente, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier. Ja, 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 ja. Mach die Tür auf. Oh mein Gott. Ente gut. Alles gut. Okay. Hier ist ein weißer Schlüssel. Aber dafür brauchen wir erstmal, äh, ein, zwei Euro oder so. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Verschwindet. 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 Okay, aber wo ist hier nochmal, ähm, das türkises Schloss? Das war hier doch auch irgendwo, oder? Ah, da vorne. Oh. Er hat auch irgendwas da aktiviert. Okay, sehr gut, Freunde. Ich glaube an euch. So. Oh, oh. Da können wir nicht rüber, oder? Nein. Wir kommen da nicht rüber. Wir brauchen die Planke. Nein. Wo ist denn nochmal die Planke, Freunde? War die hier irgendwo? Planke? Bist du hier irgendwo? Oh mein Gott. Ah, nein. Toll. Das war's mit mir, Freunde. Okay, Freunde. Ich fand die Map hier eigentlich mega cool. Aber wir haben es ja jetzt nicht geschafft. Freunde, wir starten direkt eine neue Runde auf dieser Map. Die Map gefällt mir eigentlich. Ich möchte hier unbedingt einmal entkommen von der Map. Aber dafür müssen wir wirklich hier jedes Rätsel lösen. Okay, ich habe hier einen orangenen Schlüssel. So, wo muss der einmal hin? Oh mein Gott. Da vorne ist schon Piggy. Okay. Da gehen wir am besten nicht lang. Wir brauchen ein orangenes Schloss. Orangenes Schloss. Nein. Ah, hier. Oh mein Gott. Direkt die erste Tür geöffnet. Sehr gut. Hier haben wir einen pinken Schlüssel. Und wir brauchen eine Keycard oder sowas hier. Okay. Wo war das lilane Schloss, Freunde? Ich glaube, das war doch hier beim Tresor, oder? Kann das sein? Ja, wirklich. Oh mein Gott. Direkt geöffnet. Und wir haben eine... Äh, warte mal. Eine Pistole? Eine... Ey, Leute. Wir haben einfach eine Pistole gefunden. Ja! Jetzt brauche ich wieder die Munition, die ich eben die ganze Zeit gefunden habe. Moment mal. So. Hier haben wir Munition. Okay, Piggy. Ey, ich erschieße. Einfach Piggy. Oh. Nein, ich habe keine Munition mehr, Leute. Lauft um euer Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Das ist nicht gut, Freunde. Ich wusste nicht, dass ich nur einen Schuss habe. Aber naja. So. Hier brauchen wir ein, äh, Schraubenzieher oder sowas. Äh, und, äh, ein paar Crowbars. Oh mein Gott. Äh, Freunde. Ich hoffe mal, wir finden noch alles. Hier haben wir... Uh, wieder die Wiese. Die nehme ich mal ganz kurz. So. Wo war nochmal der eine Umschnetzler? Ich glaube, der ist hier. Sehr gut. Hier, nimm die Wiese und Schnetzel. Piggy um. Geh und, äh, mach, was du machen musst. Okay. Oh. Okay. Hier um ist, glaube ich, hier kein Schlüssel mehr. Okay. Ah, hier ist die Planke, Freunde. Oh mein Gott. Jawohl. Ich hab die Planke, Freunde. Kommt alle mit mir mit. So. Die Planke muss, glaube ich... Wo muss nochmal die Planke hin? Ich glaube, da vorne, oder? Ja. Doch. Das sieht gut aus. Einmal hier lang. Oder? Nee. Die Planke muss auf die, auf die andere Seite. Okay. Okay. Freunde. Ich sag's euch. Wir werden noch hier aus diesem Einkaufszentrum gemeinsam mit der Lamy Army entkommen. So. Wie gesagt, müssen wir einmal hier die Planke hin tun. Okay. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir, mhm, den türkisen Schlüssel. Freunde. Wo war der nochmal versteckt? War der nicht hier? Nee, oder? Der war in dem anderen Raum. Okay. 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 Aber wie kommen wir jetzt nochmal zum anderen Raum? Mussten wir hier lang? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das wird die Runde. Das wird die Gewinnerrunde sein. So. Einmal hier nach oben. Über die Platte. Und. Oh oh. Nein, nein. Der Zwiebelkopf wurde erwischt. Okay. Hier haben wir Munition. Die nehmen wir einfach mal mit. Und. Hä? Eine Keycard oder sowas? Ähm. Okay. Was auch immer. Wir haben hier noch einen. Ist das ein gelber Schlüssel? Oder ein goldener Schlüssel? Keine Ahnung. Wir nehmen das einfach mal mit. So. Wo müssen wir hin? Hier lang? Oder? Hat jemand die weißen Schlüssel? Nee. Ich glaube nicht. Warte mal. Welche Türen müssen wir eigentlich noch öffnen? Piggy. Lass mich hier in Ruhe. Ja? Oh mein Gott. Äh. Lass mich hier in Ruhe, Piggy. So. Okay. Okay. Freunde. Wir gehen doch hier nach unten. Okay. Sehr gut. Äh. Da vorne brauchen wir noch ein grünes Schloss. Hm. Wo war nochmal der grüne Schlüssel? Äh. Grüner Schlüssel? Hä? Da brauchen wir noch einen roten Schlüssel. Oh mein Gott. Leute. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Warte mal. Der hat die Münzen. Äh. Moment mal. Können wir das hier aufmachen? Hier? Hä? Konnten wir nicht irgendwie was mit der Keycard aktivieren oder so? Warte mal. Da unten ist ein Zettel. Oh mein Gott. Aber das ist auch Piggy, Freunde. Wir hauen mal lieber ab hier. So. Äh. Oh mein Gott. Seht ihr das? Hier ist eine Crowbar. Oh mein Gott. Ich hab sie. Okay. Moment mal. So. Okay. Mit dieser Stange können wir, glaube ich, hier irgendwas kaputt machen. War das oben? Ich glaube, das war oben, oder? Freunde. Ich bin so krass verwirrt hier bei Piggy. Oh mein Gott. Aber, Leute. Ich glaube, wir sollten das jetzt schaffen. Hoffe ich mal. Oh mein Gott. Warte. Komm. Hier. Stimmt. Hier kommen wir auch noch rein. Ey, Leute. Hier ist auch noch der rote Schlüssel. Wartet mal. Oh mein Gott. Nehmt mal den roten Schlüssel. Und dann öffnet unten mal die rote Tür. Ich gehe so lange. Ah. Da hin. Ich muss hier, glaube ich, mit der Crowbar das hier öffnen. Nee. Doch nicht. Hä? Was muss ich nochmal damit machen, Freunde? Ich dachte, ich muss damit irgendwas öffnen. Hat jemand den roten Schlüssel? Nee. Oh Mann, ey. Na gut. Da gehen wir nochmal hier hin. Okay, Freunde. Ich bin sehr verwirrt gerade. Oh mein Gott. Piggy ist hinter mir. Freunde. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich mit dieser Stange nochmal hin muss. Aber hier ist auf jeden Fall... Oh. Das rote Schloss. Okay. Wir holen jetzt einfach mal... Ah. Der hat den roten Schlüssel. Ey. Komm mit. Komm mit, mein Freund. Du musst zum roten Schloss gehen. Ah. Warte mal. Ey. Ich muss ihn wiederholen. Ey. Kleiner Lamy. Komm zu mir. Oh. Wo läuft der jetzt hin? Oh oh. Lamy? Ey. Lamy. Komm mit mir. Ja. Ganz genau. Nein. Nein. Nicht nach oben. Komm hier. Oh mein Gott. Das ist Piggy. Okay. Lauf nach oben. Warte. Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Ja. 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 grüner Schlüssel. So, wir laufen mal weiter weg. Okay. Mit dem grünen Schlüssel können wir diese Tür aufmachen. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, jetzt läuft alles sehr gut. Und die Ente hatte, glaube ich, die Eurostücke, oder? Die Ente muss mal zu mir kommen. Ente! Ente, Gott, kannst du einmal bitte zu mir kommen? Wo war die Ente? Hier! Ente, kommt zu mir! Ente, 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 Ente! Komm mit, komm mit, komm mit. Hier lang? Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Hä? Warum ist er so schnell? Okay. Und? Kriegen wir jetzt den Schlüssel? Nein! Ente! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Oh nein, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Euro, oder so? Äh, Leute, hat jemand einen Euro für mich? Bitte, einen Euro brauche ich nur. So, wir gehen mal nach oben. Ich glaube, oben war hier noch was, oder? Äh, Munition? Nee, nee, nee. Oh mein Gott! Ah! Nein, 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 nein! Das war's mit mir. Leute, ganz ehrlich, alle guten Dinge sind drei. Wir sind jetzt noch mal hier auf der Map, weil ich will die so unbedingt einmal schaffen. Freunde, wirklich so gerne will ich das einmal schaffen hier im Einkaufszentrum. Wir haben jetzt sofort den, äh, türkisen Schlüssel. Hier ist noch der lila, ne Schlüssel. Freunde, nehmt den mal mit, bitte. Und dann, äh, müssen wir den türkisen Schlüssel wo noch mal rein tun? Oh mein Gott, Freunde, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo wir lang müssen. So, hier ist aber noch, Freunde, der rote Schlüssel. Nimm den mal bitte mit. Hier, roter Schlüssel. Einmal bitte mitnehmen. Hier, hallo, Freunde. Ja, der rote Schlüssel. Ja, okay. Sehr gut, Freunde. Dann, ah, Moment mal. Wir brauchen noch die Planke. Ähm, okay, Freunde, das ist nicht so gut. Ähm, äh, ich lass mal hier meinen Schlüssel liegen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, läuft alle, läuft alle das Piggy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh, so, okay, Freunde, wo war noch mal, ähm, der türkise Weg? Ähm, Freunde, kann mir bitte jemand helfen? Oh, warte mal, hier ist ein Tresor, ein roter Schlüssel. Ähm, Leute, die Map verwirrt mich wirklich von Mal zu Mal immer und immer mehr. Ohne Witz. Leute, ich komm mir gar nicht mehr klar. Ähm, hä? Ah, warte mal, wir brauchen die Planke. Ich bin so doof, Freunde, ohne Witz. Ich bin so verwirrt langsam. Ich komm gar nicht mehr klar. Äh, wo war noch mal die Planke? Planke, Planke. Hat der die Planke? Nein, der hat nicht die Planke, leider. Ähm, Planke, bist du hier irgendwo? Oh, ja, ich hab die Planke gefunden. Oh mein Gott, let's go. Okay, die Planke müssen wir da oben einmal hintun. Ja, da laufen wir einmal direkt hin. Planke hinbauen. Perfekt. Jetzt holen wir uns einmal den blauen Schlüssel wieder und stecken den da oben in die Tür rein. ich hoffe mal, wir laufen Piggy jetzt nicht in die Arme. Oh, der ist da vorne schon. So, wir gehen einmal hier entlang und dann müssen wir den Schlüssel einmal hier reintun. Okay, sehr gut, Freunde. Hier haben wir dann, hä, was ist das für ein Raum? Keine Ahnung. So, einen orangenen Schlüssel. Den nehmen wir einmal, oh mein Gott, und laufen erstmal ganz schnell weg. Okay, wo ist hier, ähm, ein orangenes Schloss? Wo war das nochmal, Freunde? Oh, da unten ist Piggy. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie läuft man hier entlang, Freunde? So, äh, hier ist noch, ähm, das lila Schloss. Oh mein Gott, hat noch keiner den lila Schlüssel genommen? Oh mein Gott, warte mal, ich muss hier rein. Ja, hier rein. Oh mein Gott, und hier haben wir dann, was haben wir denn hier? Wir haben hier gar nichts. Hä? Als ob wir hier nichts im Raum haben. Oh mein Gott, okay Leute, dann müssen wir jetzt einfach mal weitermachen. Okay, was brauchen wir jetzt nochmal? Hier, der lila Schlüssel. Wer von euch kleinen Pupsis hat den lilanen Schlüssel? Oh, warte mal, der hat den lilanen Schlüssel. Ey, du da, du musst hier lang. Ja, 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 und? Komm schon. Was? Hier ist wieder nur eine Waffe drin? Oh mein Gott, nicht mein Ernst, oder? Nicht mein Ernst, toll. Was soll ich jetzt mit der Waffe machen? Moment mal, da vorne ist Munition. Okay, diesmal erschieße ich Piggy. Freunde, schaut mir zu und lernt. So, erschießt ihr ein kleines Piggy-Schweinchen. Okay, ah, da vorne ist er. Und, nein, nimmt das. Oh mein Gott, ja, ich hab ihn erwischt. Freunde, lauft um euer Leben. Okay, äh, was brauchen wir jetzt nochmal? Brauchen wir hier irgendetwas? Nee, oder? Wir brauchen jetzt diese eine Stange und mit der Stange können wir dann diesen Automaten da kaputt schlagen und dann bekommen wir, glaube ich, Geld raus. Ich weiß es aber nicht. Okay, da vorne ist Piggy immer noch umgenockt. Ähm, wir gehen mal nach oben, Freunde. Ohne Witz, Freunde, ich glaube, ihr denkt alle, ich bin so ein, äh, ja, Piggy-Noob. Und was soll ich euch sagen? Ja, ich bin ein kleiner Piggy-Noob. Was soll ich da großartig sagen? Leute, ich bin einfach mega verwirrt die ganze Zeit. Hier brauchen wir diese Stange. Okay, Piggy, willst du nochmal erschossen werden? Nimm und los. Yeah! Haha, äh, okay. Wir nehmen mal hier diese Wiese mit ähm, und bringen die zu unserem Freund. Wo war der nochmal? Äh, Freund? Freund, wo bist du? Aha, da vorne ist unser Freund. So, bitteschön. Und wo war jetzt nochmal, ähm, diese Stange? Wir brauchen doch immer noch diese Stange. Oh, Piggy wurde hier wieder abgeschnetzelt. Ähm, und die Stange habe ich immer noch nicht gesehen. Ey, das kann nicht mein Ernst sein, oder? Wo ist denn hier die Stange, Mann? Freunde, wir haben nur noch knapp drei Minuten Zeit. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir hier machen müssen, wohin wir hin müssen. Oh, warte mal. Hier kann man den Schacht öffnen. Okay, okay, okay. Wir gehen mal wieder da lang. Ey, Leute, ich werde hier so verwirrt bei Piggy, als ob das Spiel so krass schwer ist. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe die Stange endlich gefunden. Endlich. Oh, das Piggy. So, wir können jetzt mit dieser Stange, glaube ich, jeden Automaten erst mal zerbrechen. So, wo waren nochmal die Automaten? Automaten, Automaten. Hier ist ein Automat. So, zack. Oh mein Gott. Und hier ist eine Münze. Die klauen wir. Okay, sehr gut. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Äh, Zwiebelkopf, du musst, glaube ich, einmal da lang? Ich glaube. Ja, doch, 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 doch. Komm mit, Zwiebelkopf. Du musst die Münze einmal hier reinstecken. So, wir brauchen ein Euro. Und jetzt brauchen wir noch einen Euro, Freunde. Dafür müssen wir den nächsten Automaten einmal kaputt machen. Wo ist der nächste Automat? Oh mein Gott, wir haben nur noch zwei Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch in zwei Minuten schaffen, Freunde. Oh, hier, können wir das aufmachen? Hä? Das geht nicht. Oh mein Gott, eins ab. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, Moment mal, wir brauchen hier nur noch einen weißen Schlüssel. Oh oh, oh oh, oh oh, warte mal, der weiße Schlüssel steckt in dem, in dem Automaten drin. Wir brauchen hier eine Keycard, damit wir noch den anderen Euro bekommen. Aber wo, wo ist bitte dieser andere, äh, ne, warte mal, die Keycard. Wir brauchen die Keycard. Wo ist die Keycard? Oh, warte mal, hier ist die Keycard. Oh mein Gott, ich habe sie gefunden. Let's go. Oh mein Gott, ich glaube, damit sollten wir das Ganze jetzt hoffentlich geschafft haben, oder? So, einmal hier, dann bekommen wir ein, hä? Was ist das denn hier? Hä? Oh mein Gott. Okay, wir sind noch lange nicht zu Ende, oder? Ähm, das muss, glaube ich, nee, nicht hier hin. Ey, Leute, ich bin so verwirrt von diesem Spiel. Aber wenn ich mich nicht täusche, Freunde, dann müssen wir diese Keycard hier reintun, oder? Und? Äh, okay, Leute, ich bin gerade einfach in dem Kreis gelaufen, oder? Nein, 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 Freunde, das wird nichts. Ah, hier müssen wir hin. Ja, was ist das denn? Oh mein Gott, hier haben wir auf jeden Fall den anderen Euro, den nehmen wir ganz schnell. Komm schon, 30 Sekunden haben wir noch. 30 Sekunden, Leute, wir müssen einmal nach da vorne hin. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, und da bekommen wir jetzt, äh, den weißen Schlüssel, oder? Ja, gib mir den, gib mir den weißen Schlüssel. Ja, Freunde, wir haben den weißen Schlüssel. Wo muss der nochmal hin? Hier oben, 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 da vorne, da vorne. Ist das der Ausgang? 10 Sekunden, 10 Sekunden haben wir noch. Und? Hä? Ja, ja, Freunde, wir haben es endlich geschafft, in den letzten 10 Sekunden. Oh mein Gott, das war richtig, richtig knapp. Du bist entkommen. Sehr gut, aber was ist das hier für ein kleines Schweinchen? Georgie? Was? Georgie, was geht ab bei dir? Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke vor, da ist es kostenlos und würde mich super dauernd unterstützen. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall auf der linken Seite das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Also, falls ihr das so nicht getan habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall nachholen. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder und tschaui. tsch excel. Tschüss. FTZ